Hallo Leute, willkommen zur ersten Abnehmweisheit des Tages. Symbolisch hier die Pfanne. Gar nichts essen ist auch keine Lösung. Wie ich dazu komme? Ich habe einfach versucht, weniger zu essen. Und das hat gar nicht geklappt. Am Ende des Tages, die Abende sind lang, der Appetit ist groß, ist man noch ungesünder, als wenn man sich regelmäßig anständig ernähren würde. Es klingt zwar banal, aber man muss das für sich selbst feststellen, dass es tatsächlich so ist. Also gibt es jetzt was Leckeres, ein bisschen Gemüse. Ich muss eh gleich noch einkaufen gehen. Aber für jetzt sollte es erstmal reichen. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp, womit Pfannengemüse ganz lecker schmeckt, ist Frischkäse, wenn man es mit Frischkäse zusammen in der Pfanne brät. Also der Frischkäse muss später rein, glaube ich. Muss ich selbst nochmal nachlesen, wie das war. Aber ich glaube, der kommt später dazu und das schmeckt gar nicht so schlecht. Also, ich sende euch frustrierte Grüße aus der Küche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.